Oh nein Leute, ihr wisst ganz genau was heute passieren wird. Wir werden heute mit dem Ruby Skin in Party Royale gehen und gucken wie die Leute auf mich als Ruby Skin reagieren. Falls keine Reaktion kommen sollte, werden wir natürlich einen Nicene Mode zu Hilfe mitnehmen und zwar den Hüftschwung Emote. Und ihr wisst ganz genau was passiert, wenn man Disney Mode einsetzt und in Party Royale geht. Ich hoffe nicht, dass was wir alle denken Leute. Und falls was komisches passieren sollte, werden wir in den Tresor gehen, uns Waffen holen und dann wisst ihr schon was passiert. Falls ihr auch mal auf meiner Party Royale Map spielen wollt oder in einem Video mit dabei sein wollt. Hier unten ist der Map Code eingeblendet, kommt gerne drauf, lasst ein Like da und ein Abo und ich hoffe jetzt passiert nichts komisches. Let's go. So Leute, das sind wir auch schon in Party Royale und das erste was ich natürlich mache, ist mir hier einen Grappler holen. Und das zweite was ich mache, ist hier mein Creator Code Flakes im Item Shop eintragen. Könnt ihr gerne auch machen, supportet mich sehr Leute. Und jetzt muss ich halt echt mal abchecken, was hier so abgeht Leute. Wir sehen hier einige Spiele am Start. Ich habe keine Ahnung, was die hier so machen. Da hinten ist aber auf jeden Fall ein Aura Skin am Start. Mehr sehe ich nicht, nee. Das heißt Leute, wir werden uns jetzt einfach mal hier auf Undercover hinstellen und einfach mal den Hüftschwung machen. Und mal gucken, was passiert Leute. Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst Bro. Das hat nicht mal eine Sekunde gedauert. War das jetzt nur ein Fehler? Nein, was willst du von mir, Bro? Hörst du damit auf? Hör auf damit. Nein, ich werde mich jetzt von dir entfernen. Nee, du brauchst auch nicht wütend sein, Bro. Nein, ich werde mich jetzt von dir entfernen. Werde mich jetzt hier hinstellen und ganz normal tanzen. Ja. Ganz normal tanzen. Was tut er jetzt? Überlegst dir nochmal, ob du das jetzt tust oder nicht. Kannst du mal damit aufhören, Bro? Warum stellst du dich hinter mich? Ich check's nicht. Ich will doch ganz normal tanzen. Als Ruby. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir chillen jetzt einfach hier. Ja. Geh lieber weg. Ja, guck mal, wie er weg geht, Leute. Guck mal, wie er weg geht. Er hat, glaube ich, gecheckt, dass ich das nicht mag. Und dass er das nicht darf. Ja. Sonst werde ich in den Tresor gehen. Ich werde in den Tresor gehen, ja. Was tut der da? Kannst du mal weggehen? Stopp. Nein. Hör auf damit. Er sagt ja. Das ist nicht sein Ernst. Okay. Okay. Nein, wir ignorieren das. Wir stellen uns jetzt nochmal hier hin und machen den Hüftschwung. Ich glaube, der checkt es nicht. Ich glaube, ich muss in den Tresor gehen und dir eine Lektion erteilen, Bro. Er ist jetzt weit entfernt und wir machen wieder den Hüftschwung. Das kann nicht wahr sein. Da kommt der Nächste. Da kommt... Wollt ihr mich komplett verarschen, Jungs? Wollt ihr mich komplett verarschen? Könnt ihr damit aufhören? Digga, wir sind hier auf meiner Party-Royal-Map und ihr macht sowas? Nein. Ich check's nicht. Digga, der Typ... Okay. 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 Ich... Ich... Ich verstehe schon. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie auf Undercover in den Tresor gehen. Der soll weg von mir. Der soll aber weg von mir. Geh weg. Weg von mir. Geh weg. Stopp. Hör auf damit. Nein, 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 nein. Du musst aufhören. Ich weiß, du hast dich bestimmt verliefst. Nein. Hör auf damit. Ich will nicht, dass du mir hinterher rennst. Ich muss nämlich jetzt in den Tresor, Leute. Und der darf mir nicht folgen. Sonst kommt der auch in den Tresor. Geh weg. Stopp. Wie mache ich das jetzt am besten, dass ich Undercover in den Tresor gehe? Ich versuche es jetzt einfach mal, Leute. Okay? Was will er denn jetzt? Nein. Geh weg von mir. Du brauchst dich auch gar nicht anschleichen. Digga, was will der Typ? Ich check's nicht. Okay. Warte mal. Warte mal. Ähm. Nimmt die gerade ein Video auf? Oder... Warte. Wohin gehen die? Wohin gehen die? Warte mal. Warte mal. Nein, 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 nein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wir müssen in den Tresor, Leute. Was passiert hier? Okay. Okay. Let's go. Wir müssen schnell hier rein. Wir machen den Hüftschwung, damit alle abgelenkt sind. Okay. Zack, zack, zack. Und jetzt gehen wir in den Tresor, Leute. Guck mal, guck mal, guck mal, den Iconics genannt. Der ist sowas von abgelenkt. Genauso wie die anderen. Und ich werde jetzt den Code eingeben und mich da reinschleichen. Aber sowas von. Jetzt stehen hier schon so viele. Aber ich lenke die gut ab, Leute. Digga, das ist doch nicht den ihr ernst. Ich schaffe es nicht, den Tresor-Code einzugeben. Die sind hier komplett verliebt. Hört mal auf hier. Die geben hier die ganze Zeit den Code ein. Nein, das kann nicht sein. Okay. Ich muss mir was anderes überlegen. Okay, die gehen weg, die gehen weg. Okay, ich mache wieder den Hüftschwung. Okay, Leute, ich versuche es jetzt wieder. Und wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Leute. Oh mein Gott, wir sind im Tresor. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir holen jetzt von allem zwei Waffen. Zwei Scars und zweimal die Pump, Leute. Und wenn jemand ehrenvoll ist, geben wir denen auch eine Waffe. Und alle, die jetzt weiter geiern auf meiner Party-Royal-Map, die werden schon sehen, Leute. Die werden sich das nicht mehr trauen. Vertraut mir einfach. Okay, wir müssen jetzt hier wieder weggehen. Aber wie machen wir das? Okay, ich versuche jetzt direkt irgendwie. Nee, nee, nee. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Die wissen ja jetzt, dass ich Waffen habe. Das heißt, die müssten ja jetzt theoretisch nicht mehr geiern. Weil die ganz genau wissen, was ich dann machen werde. Wir werden uns jetzt einfach hier hinstellen. Und wir werden den Hüftschwung machen. Auf ganz undercover. Ja. Okay. Nein. Okay. Okay. Da stellt sich einer neben mich. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier schon zu zweit, Leute. Sehr nice. Keiner geiert. Keiner geiert. Ich glaube, die haben draus gelernt. Warte mal. Der schenkt... Hat der mich gerade ausgelacht? Oder wollte der mir ein Küsschen schenken? Okay. Wir machen nochmal hier den Hüftschwung. So. Der Iconic. Nee. Keiner steht hinter mir. Okay. Das ist nicht sein Ernst. So. Das hat er davon. Okay. Der hört auch nicht auf. Der hört nicht auf. Guck mal. Der ist schon hier hypnotisiert. Der Typ. Digga. Kannst du mal aufhören damit? Digga. Der ist komplett hypnotisiert. Zieht ihn euch mal rein. Digga. Was tut ihr da? Warum macht ihr sowas auf meiner Map? Das ist verboten. Geht weg von mir, bitte. Der kann es gar nicht. Guck mal. Guck mal. Guck den euch an. Was tut er da? Das ist doch nicht sein Ernst. Hat er noch nie einen Ruby-Skin gesehen, der Hüftschwung macht? Also der Geier hat richtig, ne? Hör auf damit. Ich will meine... Was macht der Bugaskin und der Rabaskin da? Tanzt ihr ganz normal oder was soll das hier bedeuten? Also ich weiß nicht, was hier passiert. Die Aura weint. Warum weint sie? Okay. Okay. Die weint einfach. Der will ihr eine Umarmung geben. Jetzt fängt ihr einfach an zu tanzen. Also ihr habt alle komplett Knacks bekommen. Ich muss jetzt erstmal hier auf Toilette gehen. Ganz, ganz dringend, Leute. Okay. Da ist... Hör doch auf damit. Bitte. Was? Die sind hier einfach verliebt, oder was? Ey, ich muss mal auf die Toilette. Könnt ihr mal da rausgehen? Bitte. Geht mal da raus. Ey. Könnt ihr mal da rausgehen? Nein. Stoppt. Hört auf damit. Bitte. Geht da raus. Du gehst raus. Ich glaube, der Iconic-Skin, der ist komplett verloren, Leute. Wir stellen uns jetzt ans Lagerfeuer. Wir chillen jetzt einfach mal. Hier sollte nichts passieren. So. Keine Ahnung, was die da jetzt von mir will. Keine Ahnung. So. Wir fahren jetzt ein bisschen XP. Ganz easy. Okay, die ist korrekt, ne? Die scheint korrekt zu sein hier neben mir. Ja, die sind hier alle korrekt am Lagerfeuer. Ja, die schauen meine Videos. Ich verstehe schon. Was willst du hier schon wieder? Ich glaube, du hast draus... Oh. Okay. Er tanzt aber in die falsche Richtung, ne? Er macht das... Der macht das gut jetzt. Er hat, glaube ich, draus gelernt. Guck mal. Er kann nicht widerstehen, glaube ich. Guck mal. Guck mal den Aura-Skin an. Guck mal den Aura-Skin an. Ja, ja, ja. Guck mal den... Ja, okay. Der Aura-Skin, der macht das ja extra, Mann. Okay. Dann kann ich das verstehen. Okay. Wir gehen wieder zurück hier. Hier sind auch ganz viele neue Leute am Start. So, wir machen jetzt wieder hier den Hüftschwung. Guck mal. Der Aura-Skin macht mit auf Ehre-Bruder-Basis. Sie macht auch mit. Okay. Mal gucken, ob irgendjemand widerstehen kann. Wir schauen einfach mal. Nein. Tu es nicht, Bro. Tu es... Das war nicht sein Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ihr müsst damit aufhören. Okay. Ich werde jetzt den Renegade Raider auspacken. Und zeigen, dass ich es bin. Weil ihr wisst ja, ich bin auf Anonym, Leute. Die können ja nicht wissen, dass ich Flakes bin. Und deswegen machen die hier die ganze Zeit Faxen. Und jetzt werde ich da rausgehen. Und sagen, dass die damit aufhören sollen. Das kann so nicht weitergehen, Leute. Das kann echt nicht so weitergehen. Hört alle auf damit. Aufhören. Hört auf damit. Nicht hier den Hüftschwung machen. Hier nicht den Hüftschwung machen. Nein, 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 nein. Nicht hier geiern. Nein, nein, nein. Hört auf damit. Jetzt seid ihr alle hier. Jetzt haben die es alle gecheckt, Leute. Die haben es alle gecheckt. Ich werde jetzt hier auch meine Waffen droppen. Zack, zack, zack. Die haben es alle gecheckt. Komm, das sind alles trotzdem Ehrenmänner hier. Guck mal, wenn die jetzt hier niemanden abschießen, ist ja alles okay, Leute. Wir wollen ja alle hier Spaß haben. Ist ja auch alles lustig. Aber das mit dem Hüftschwung und so, solltet ihr mal lassen. Tragt gerne meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. So wie diese ganzen Ehrenmänner hier. Let's go, Leute. Einfach hier draufklicken. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Euer Flakes. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.